... als wäre die Information auszuhändigen. Doch ich glaube, jetzt weiß ich es. Das gesamte Institut ist gesichert. Vielleicht ist sogar die Alarmanlage eingeschaltet. Weißt du, wie wir unbemerkt reinkommen? Jerrys Büro. Ich will, dass Sie mein Institut verlassen. Was ist denn das für eine Einstellung? Vor allem dem Gegenüber, der Ihr Institut finanziell am Leben erhält? Sie haben es bloß missbraucht. Ich habe diesen Schwachsinnigen geholfen, als keiner mehr an Sie glauben wollte. Und was ist der Dank dafür, dass diese Missgeburten mich ausspionieren? Dachten Sie, ich merke sowas nicht? Ich versuche es. Lass mich raten. Du brichst auch Schlösser auf. Schlösser sind aufliegende Druckpunkte. Mit Druck erzeugt man Gegendruck. Sie haben bereits Informationen über meine Feinde und sind durchaus in der Lage, noch mehr in Erfahrung zu bringen. Entweder die Informationen sterben mit Ihnen und sind damit für Sie wertlos, oder Sie schlagen Profit daraus. Das ist allein Ihre Entscheidung. Fahren Sie zur Hölle. Einer von uns wird das auch. Einer von uns wird das auch. See you cinq Jahre. maioriabür Untertitelung des ZDF, 2020